Hallo liebe Leute, es ist wieder Messezeit und zwar findet vom 31.3. bis 2. April die Urlaub und Ausflug in Wels statt. Da werden wir wieder mit einem 10x10 Meter großen Stand und einigen Fahrzeugen für euch bereitstehen. Mit dabei sind natürlich unsere Roma-Konzepte, ganz neu auch der Roma auf Ford-Basis, auf dem Ford Transit Custom und unser MAN TGE 4x4. Auch der wird mit dabei sein. Natürlich haben wir auch Module und einen Haufen Wind mit dabei. Und auf was ich mich besonders gefreut sind meine Reisevorträge und zwar waren wir letztes Jahr auf Corsica unterwegs mit der Familie und unserem Roma XL. Da gibt es zum ersten Mal einen einstündigen Vortrag von mir, der dieses Mal und das kann ich euch versprechen auch wirklich gut vorbereitet ist. Ich freue mich schon drauf, wir sehen uns. Ich freue mich schon drauf, wir sehen uns.